Hey Leute, willkommen zu einer neuen Video-Office-Jerry. Mit dabei ist Kiwi und Apfel. Hallo. Wir spielen Master Builders. Äh, Master Builders. Baumhaus. Okay. Es ist Cheating, die Natur spielen zu lassen. Äh, nein. Hey, warte, machst du jetzt fertig Bäume oder was? Das sieht doch nicht. Mein Baum sieht absolut kacke aus. Äh, das sieht gar nicht schlecht aus. Das war halt echt. Also mir gefällt mein Baum nicht. Am Ende baut Apfel besser als wie beide. Ich hab mir grad überwunden, überhaupt keinen Müll. Also mein Baum hat noch nicht mal Blätter. Ja, meiner auch noch nicht. Was ist das da für ein Scheiß? Ich darf hier nicht rein scheißen. Also ich bin fertig. Äh, jetzt schon. Ja, okay, du hast einen Fertigbaum genommen. Ich hab auch einen Fertigbaum genommen. Ja, du hast einen Fertigbaum. Uh, Ich hab auch den Fertigbaum. Ja, ich hab auch den Fertigbaum. Da gibt es kein Fertigbaum. Ich hab auch den Fertigauf gehen und erhebt. du kriegst Minuspunkte ich bin eigentlich fertig würde ich jetzt sagen also Kiwi ich weiß nicht was das ist aber das geht nicht warte ich will mit ja nicht ruhig warte ich mach's richtig zu es ist richtig zu okay ich komme zu dir rüber Kiwi ich komme zu dir rüber Kiwi äh ja also ihr sagt mal so was ist denn hier passiert okay ja ja okay das ist schon ganz geil wo seid ihr wir gehen in dein Haut bei mir äh also wenn du schläfst wirst du hier nicht mit gestochen okay hier sind okay hier sind okay wie soll man denn hier hochkommen okay hey hier ist nicht mal ein Zaun und er kann einfach ins mitunter Worte mit Chi ja okay also ich gebe mal meine Bewertung ab also das die brennen sich die viele Punkte gibt von von 0 bis 10 ne ja die dann doch mal die unten steht okay wieviel punkte ok um 1 kommen sie rein in meine reich ja so wei hallo hallo er hat die biene platz oh die biene ist in meinem Boot oh oh ein Boot kann man immer in dem Baumhaus gebrauchen ähm hallo hallo er hat alles kaputt abgebrannt okay das ist dann noch nicht ich dachte das Feuer vom Rennen ähm also ich würde sagen das ist schon so ne so ne so ne sieben ja genau ist mir egal welche Bewertung Hauptsache die ist höher als Kiwi ist eine warte 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 ich muss noch was ändern äh so so das ist so das ist meine Punkt ja moin ähm guck mal hoch also ich muss guck mal einmal hoch ich komme nach oben egal wir müssen das sowieso abbauen ey die Bienen chillen in meinem Boot jetzt müsst ihr euch mein freshes Baumhaus nochmal warte warte ey hör auf ey hör mal bitte auf oh scheiße oh scheiße oh scheiße Kiwi brennt ja Egal! Also... Okay, ähm, naja, wir haben's ja gesehen. Ja, das war so, jetzt nur noch mal meine Punkte für mich, ne? Ähm, das war eine... Das war eine 10. War besser so, ne? Scheiße, warum kann man keine Schilder... Ähm, alle Dinge brennen. Es war sehr süß. Ich sag mal so, meins brennt am meisten, mein Haus ist weg! Alter, was? Achter, Alter! Alter, Alter! Er, er, er bleibt 10 tippen! Oh nein, krieg ich 10 tippen, ich mehr brauchen den Haus! Was macht ihr da? Gar nicht! Der fährt mit meinem Boot! Ich nicht! Wo bin ich hier? Jo, was geht beim Ziegel? Ich hab Apfel in den Himmel geschickt! Okay, Leute, das ist das Video. Lasst doch mal ein Like da und ein Abo. Und schaut bei denen zwei vorbei. Und, ja. Dann würde ich sagen, bye! 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 Vielen Dank.